So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KDMO. Wir waren im letzten Patch hin geblieben und haben wieder einige Quests erledigt. Und ja, ich mache, wie gesagt, weiter, denn wir haben noch sehr viel vor uns. Es hat immer noch nicht aufgehört zu regnen. Und, ja, wir machen jetzt einfach weiter. Ähm, zwei von drei, was muss ich denn da noch killen, was war das? Einfach mal gucken, was man hier so braucht, ne? Ein Stingmon vielleicht noch. Oder vielleicht dieses Quest-Item hier. Ja, das war's. Jetzt müssen wir noch null von fünf. Ja, was kann das wohl sein? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal nach. Vielleicht von den Sheeves hier. Dass da vielleicht irgendwas ist, was wir brauchen. Ob die was droppen? Ne, sieht nicht danach aus. Deswegen gehe ich jetzt erstmal weiter. So, das gilt jetzt erstmal nochmal hier. Die F2. Und guck mal jetzt bei Star Birdramon und so, ob ich da was finde. Ähm, was haben wir hier? Level 19. Okay, was haben wir hier? Star... 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 Oh, ich digitiere mich fast zurück. Star... Nein! Die DS geht aber mega schnell leer, ey. Warte mal, wenn ich dat hier von Devimon hab, dann muss doch hier irgendwann auch mit Devimon noch sein. Oder ich gucke jetzt erstmal hier, ob noch wat ist, wat ich brauch. Wat haben wir denn hier? Bormon Pop. Renamon? Ne, Renamon glaub ich nicht, dat wir dat killen müssen. Dat glaub ich net. Aber hier können wir wenigstens Renamon farben. Oder ich kill den einfach mal, vielleicht müssen wir den ja wirklich killen. Ne. Sieht nicht danach aus. So, jetzt sind wir gleich einmal wieder drum gelaufen. Da müsste ja gleich irgendwo Subur-Dramon kommen. Ah, da sind sie. Die müssen wir killen, hundertprozentig. Locker easy müssen wir den killen, um hier weiterzukommen. Ne, doch nicht. Egal. Hauptsache, wir kommen bei einer anderen Quiz weiter. So, zwei von zwei. Ich kill jetzt einfach mal alles hier, wat geht. Bei der normalen braucht man, glaub ich, nichts mehr machen. So, da haben wir die Subur-Dramon. Boah, ey, scheiß Skype hier immer die ganze Zeit. Geht mir voll auf den Sack. So. Erstmal ausgestellt jetzt. So, die müssen wir auch locker killen. Jawohl, jawohl. Da sind sie in der Quest da oben. Jo, wollte ich das hier hin. Und Punch Man. Davon müssen wir noch drei Stück. Drei Stück. Und Quest-Items? Nein. Ein scheiß Memory-Chip. Memory-Chip, der gar nichts, wir gar nichts brauchen. So, fertig. So, wo haben wir denn? Hier gibt's doch bestimmt auch Subur-Dramon schief, oder? Ja. Die müssen wir doch locker aukeln. Ja. Ja, ja, ja. Das war doch klar. Aber kann das ja nicht jetzt voll umsonst hier. Ich bin jetzt einfach so rumgelaufen, glaub ich, ne? Oh, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. So, zehn von irgendwas sammeln. Mal gucken, ob der das fallen lässt. Oder ob hier so ein Chief das fallen lässt. Weil wir haben nämlich schon wieder einige Quests, äh. Fertig. Warte mal, vielleicht kann ich mal hier... Oh. Ne. Ne, ne, ne. Boah, hier gibt's aber eine Menge, wo man anklicken kann. Okay, entweder da. Ach so, das ist hier von Dingens. Wir sind hier mit allen Quests fertig. Außer die jetzt wieder. Die komischen Punches. Mal B. Ja, vielleicht kann ich die Feder auch abgeben, den Punches. Mal den anklicken und dann abgeben oder so. So, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Wir gehen jetzt da einfach hin. Boah, wieder hier lang. Boah. Immer diese weiten Wege, ey. Da können wir aber über das Wasser wieder. Und da war ja auch der... Eine hier, der Angler-Man. War der nicht gerade hier oder irgendwo der Angler-Man? Mano. Weil vielleicht können wir die und das irgendwo anklicken vielleicht. Kann ja sein. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Boah, sogar 500% XP, ey. Und PvP und... Hier geht mit alles einfach, Leute. Hier geht mit einfach alles. Und bei uns noch gar nix. Was soll das denn? Boah, die Kambi ist ein bisschen scheiße. Ups. Aber die will nicht runter. Die will nicht runter, Leute. Die will nicht gerne runterholen hier. Was hat so besser? Boah, perfekt so. Schusch. Viel besser. So, jetzt erstmal hier alles abgeben. Weil der will ja die Digi-Welt zerstören und so. Hat so von bekommen Level 34. Ah, XP ohne Ende. So, dann gibt's hier... Gleich Tell-Me-Level 19. Oh, in ihm will auch noch was von uns. So, Tell-Me-Level 19. Sauber. Was wollte ich da anklicken hier? Scheiße. Da. Kann ich dir hier irgendwas geben von? Ja, ich hab denen ein Heal-Pick gegeben. Er lebt. Ja, dann hab ich die Quest nämlich auffällig. Was ist hier mit? Mit denen? Gar nix. Muss da hinten noch eine Quest abgeben. Wir müssen noch locker in Stats oder so, hab ich das Gefühl. Weil wir haben schon voll viele Time-Bombs gekriegt in Stats. In Stee-Terminal Western Town Line Trains. In Stee-Terminal. So, jetzt gehen wir erstmal hier wieder bei Free-Mon ab. Und irgendwas mit Biomon. Das waren diese scheiß... Das scheiß Biomon-Cut-Ding hier. Used by the Bird. So, den haben wir jetzt auch fertig. Was ist denn hier mit dieser scheiß Date? Wir haben so viel Bullshit, ne? Da oben mit irgendjemandem labern. Irgendein Bird. Einfach mal irgendwann alles anklicken hier. Dann muss das halt irgendwie funktionieren. Lalalalalalalalalalalala. Hier, nimm doch hier mein... Mein Kern. So, jetzt gebe ich hier wieder eine Warehouse-Expansion. Toll. So, auf Thema-Level 20 gibt es doch was Feines, oder? Gomamon 4, 5. Warum denn immer 4, 5? wir, ey. Soll nicht scheiße. Geht aber auch gar nichts. Hier, schluck deine eigene Feder. Gut, da müssen wir hier mit dem verwundenen Leomon sprechen. Hallo. Da geht's nämlich weiter mit einer lilanen Quest. Jetzt müssen wir wahrscheinlich rüber gehen. Aber hier müssen wir noch 10 von irgendwas killen. Heißt der, wie Mon? Achso, das war, ähm... Okay, ich weiß es. So, was müssen wir hier machen? Bormon killen. Gut. Und hier? Biomon. Aber was ist denn da mit Biomon? Ey, Goblimon, die müssen wir bestimmt auch killen. Oder? Ihr, ihr kriegt die Feder vom Biomon. Ich schenke die euch. So, wir haben jetzt Dingens bekommen. Chicken Combo. Chicken Combo. Nein. Wir gehen jetzt einfach Dingens zu Bormon und machen da die Quest. Eine neue E-Mail. Holin Cannon. Boom. Dann kill ich ihn jetzt so lange, bis ich... Dann habe ich jetzt wahrscheinlich schon. Öh. Waldbier. Waldbormit mit. Irgendwas. Mache ich jetzt damit Essen? Hä? Warum soll ich denn da das einsammeln? Wie viele denn davon? Oder ist das ein Event? Ich habe da manchmal... Ich blicke da manchmal gar nicht durch. Jetzt habe ich hier was gekriegt. Ein Wildball Rizzle. Oder was hat das sein sollen? Soll ich das jetzt irgendwo einsetzen oder was? Quest-Item, aber für was? Ich weiß es nicht. Boah, ich muss mich mal richtig hinsetzen hier. Äh. Äh, äh, äh. Was ist das denn? Wildball Rizzle. Da hat auch nichts aufgeblinkt oder so was. Muss ich euch da zum Essen geben? Hier euren Chiefs. Mann. Das ist so kacke, wenn man das nicht leben kann. Mal gucken, vielleicht wollen die Birdramon ja hier das Biomontal haben. Ihr wolltet es haben? Schenkt es euch. Nein. Nicht. Nicht? Ihr wolltet es nicht? Ich schenkt euch hier diese Steine. Ich weiß noch nicht mal, wofür diese Steine sind. Da steht überall Quest, Quest, Quest. Das ist Ice-Devimon. So, das war Bormon. Also ein normales Birdramon. Wollen aber alle nichts haben. Wollt ihr das hier haben? Diese Barrel-Kacke. Von wem muss ich denn noch eine Quest abgeben, ist die Frage. Irgendjemand muss doch hier eine Quest haben, wo ich die noch abgeben muss. Damit ich in die nächste Map gehen kann. Damit wir da weitermachen können. Düp, 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 düp. Bestimmt war das nicht Imp-Mann sogar, der das haben wollte? Vielleicht gebe ich Imp-Mann das und klick den an. Damit der was zu essen hat. Der gute Imp-Mann. Ja, da ist er. Kann ja nur von dem sein. So, hier. Chris. Der will gar nichts von mir. Nimm doch. Geht doch. Oh, ich bin ja voll der Pro. Boah, der will immer noch was. Ey, lass mich doch einfach mal in Ruhe, du Arsch. Kriege ich denn jetzt ein Imp-Mann-Eck? Toll. Ein Imp-Mann-Eck. Lol, da hinten ist eine Quest, die ich abgeben muss. Lol. Ich habe, ach so, die rote, eine rote Quest. Eine rote! Aber trotzdem muss ich immer nur diese Biomann-Quest abgeben. Und die komischen Steine hier und was das nicht alles ist. Oder vielleicht muss ich Freegeben und jetzt die Date geben. Oder hier die Steine oder... Keine Ahnung. Nimm alles, was ich habe. Komm, nimm. X davon muss ich abgeben. Das gibt es doch nicht. Das war Eis-Termin-Mann. Das ist das Biomann, oder? Ja. Aber wo... Muss ich dir das geben? Nein. Es bin selected. Na gut. Ach, Leute. Ich weiß es nicht. Ich bin mal abgacken. Hier, nimm doch das. Ich habe ein Imp-Mann-Eck-Able-Eck gekriegt. Für die ganzen Quests hier. Mal gucken, ob der das will. Hier, nimm mal. Hier die Feder. Kink ich dir. Ne. Will er auch nicht haben. Der auch nicht. Du vielleicht. Ne. Du. Ne. Warte mal. Von wem war die Quest denn überhaupt noch? Natürlich. Kann ich nicht anklicken, vor allem die Quest war. Vielleicht von dem Leomon hier Leomon, guck mal hier, was ich für dich habe Eine Feder von Leomon Hier Ja, nicht Ja, dann machen wir scheißig auf diese Scheiß-Feder-Kack-Quest Ey, tschüss Von wem war die denn jetzt nochmal? Oh, von dem Leomon Glaub ich jetzt zumindest Ist mir jetzt auch voll Latte, weil ich diese Scheiß-Dinger jetzt wegschmeiße Nein Nein, das war eine Quest Fuck you Scheiße Das war eine Haupt-Quest Jetzt habe ich verkackt Oh, so eine Pisse, ey Und die sind wahrscheinlich hier für die Rote Na, jetzt habe ich übel verschissen Ja gut, Leute, jetzt habe ich übel verkackt Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Digimon Master Online Kdebo, ciao